Hallo Zombie! Hallo! Wir warten jetzt hier oben bis das Viech tot ist. Ja, wir sind leider gestorben. Und zwar er vor der Ende der Aufnahme und ich kurz danach. Aber er ist lila. Hast du noch so ein Heilpulver? Naja, ich hab gar nichts mehr. Ich hab noch was trinke. Alter! Manu? Nicht sterben. Ich guck von hier oben runter. Manu, nicht klauen. Ja, aber Peter nicht, der Wichster, oder? Ich bin da sofort down, wenn ich runterkomme. Ich bin da sofort down, wenn ich runterkomme. Ich habe noch ein Lebenspulver. Du, 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 du. Also wenn ich mich dem näher bin ich tot. Boah, Alter, voll reingelaufen. Zombie wird sterben, ich hab es im Gefühl. Ja genau, du wirst sterben. In 3, 2, 1, jetzt wirst du wieder ziehen und dann bist du tot. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Genau, dann fällt er um. Komm, verrick, verrick. Lol. Nochmal. Tötet ihn. Ich komm nicht durch das Viech durch. Nicht? Der Flügel ist voll hart. Es ist nur noch weiße Schärfe. Ja! Jawolle, hat sich voll gelohnt. Ja. Musst du es halt so machen, wie ich. Den Scheiß aufbewahren. Und dann nachher dranhängen. What? Was? Gut, Leute. Schaut in die Playliste und bis 9. Warten, 2 Minuten Part. 100% guckt Sicherheit. Guckt Sicherheit. Yeah, guckt Sicherheit. Bei deiner Vielfalt an Ansprache. Warten, guckt Sicherheit hat er noch nie gesagt. Das ist neu. Jaja, aber schon die neue Wörter. Verbrennt ihn. Hexe. 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 Also ihr habt keine Chance gegen mich. Boah, johle Plot. Komm her. Ich denke jetzt nochmal. Tschüss. Tschüss. Alter, wie schwul du aussiehst. Double kill. Ach mal, dann sind alle weg. Sagt der, der aussieht wie so ein scheiß Ägyptenviech. Ich bin der Pharao. Ich komme aus Yu-Gi-Oh. Aus Yu-Gi-Oh. Ja, du hast kein Anhänger, du hast gleich die ganze Rüstung an. Hahaha, genau. Da bin ich. Quest erfüllt. Aber ist doch kacke damit zu pennen, ey. Wen haben wir denn jetzt noch vor uns? Oh. Ein Eroberer Segel. Nagakuga Höhle. Scherbe. Scherbe. Knochenjuwel. Alter, was findest du da alles? Flecken. Ich hatte die Glücksgeanne, ich war ja tot, ne? Verdammt. Honig plus eins. Was? Honig? Ja. Honig plus eins. Ah, okay. Wie lächerlich. Wenn man stirbt, kriegt man so eine 55 Minuspunkte. Und wenn er gewinnt, 2600. Oder 27 besser gesagt. Was? Dann hat man unten eine Punktezahl. Und nach der Punktezahl entsprechend ist man wahrscheinlich der Jägerrang. Ja. Lol. Ladevorgang. So, wer ist jetzt dran? Äh. Keine Ahnung. Ich dachte, du hast keine Zeit mehr, Peter. Nein, nicht mal mit einem Monster. Ja. Achso. Und er meint. Abysal-Lavia-Cross, wie auch immer heißt. Achso, würdest du sagen, den töten wir am nächsten, äh, nicht im nächsten, sondern gleich, oder? Ja, genau. Den töten wir gleich. Haha. Also für uns in ein paar Jahren. Oh, wir sind im Wasser. Wir sind vor dem Vieh. Und alle zusammen. Oh. Boah. 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 Superlavia-Cross. Hast du schon die Leute begrüßt? Nein, wir sind noch mit dem Part sind. Die haben noch vorher in drei Minuten Part gesehen, wo wir gefehlt haben. Aber das ist jetzt Wochen her. Sonst, ich fühl mich nicht richtig, wenn es keine Begrüßung gibt. Ich weiß auch noch was, was wir in dem anderen Part gemacht haben. Bisher ist falsch. Ich weiß, dass das Vieh gefährlich ist. Oh, das war knapp. Oh. Oh, das Vieh sieht cool aus. Ich hab' abgeblockt und meine Waffe ist direkt runtergegangen. Und deine Waffe ist explodiert. Genau. Ich hab' keine Waffe mehr. Nein, 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 nein. Keine Blitze. Cool, er hat mich nicht getroffen. Ey, ey, ey. Wo wieder was denn die Blitze? Also, jetzt, jetzt. Kommen wir hin, jetzt. Ein Monat. Jetzt schneid ich dir die scheiß Flosse ab. Oh, das ist irgendwann abgefallen. Wir machen das wieder wie bei einem Elfenbein. Einfach drauf, bis es tot ist. Ja, bei dem Kackvieh sieht's das oft auch nicht, ey. Auf wie viel Monster kann ich mich denn noch freuen? Weil? Ah, cool. Also den und dann nochmal den... Holy shit. Der Peter will unbedingt, dass das vorbei ist hier. Nein, guck mal, ich hab doch so epische Sachen jetzt geholt. Ich hab' uns alle geheilt. Oh, danke. Kein Problem. Ich hab' mich grad schon selber heilt. Und ich sterb. Ihr, ihr, ihr. Geh wird hier nicht so, so Dinger, so zum Abschießen, so. Nein. Bist du nur Lagiarquus, oder? Gibt's hier welche? Sieht ein, ja, auf einer anderen Map, so. Alter. Alter, ich hau' das wie ich noch machen, wenn die Waffenstärke sinkt sofort. Oh, ich glaub' er blitzt. Er blitzt, Dingsd. Nein, er macht ein Foto. Ähm. Ne, Philipp, hier gibt's ja noch das Viech. Und der Heilige Yen Moran, oder? Ah. Oh ja, da freu' ich mich. Yen Moran. War dann nicht der auf dem Schiff, ne? Ja. Wofür wolltest du nochmal zwei Stunden, Manu? Hä? Geil. Ja, du hast gesagt, die circa zwei Stunden Zeit haben, ab Jägerrang 70, wo du auf Twitter gerade gefragt hast. Ja, passt doch, wir haben schon eine Stunde verpennt. Ach, was? Ja, du, aber nicht der Herr. Hier ist doch so'n Drachending, hier ist doch nicht so'n Drachenspeer. Was ist denn drachisch? Sollen wir mal hier hoch? Oh Gott. Ja, hier. Sollen wir mal hier hochlocken? Ah cool, ich hab' umgedreht. Ja, in der Sekunde, als er uns gerade umbringen wollte. Ja, ich weiß. Ich dachte mir so, ja komm, weg, komm, tue ich sowieso ne mehr. Was los? Kommt hoch, Herr Knechte. Okay. Okay. Ja, und heute macht der Ize Khan mit. Kein Dänis, tut uns leid. Ja, Ize Khan, der konnte nicht. Ah, ich wurde gewirbelt, sturmt. Kommt zu mir, meine Kinder. Wann will der Mann wieder mich? Lagia Cruz. Wann hier bin ich denn? Ach da. Geht der Speer? Ja klar, hier sind ganz fette, ähm, Speere, die rausfahren so. Und der Knopf geht auch. Ja, ich kann A drücken. Ja, sonst wären wir ja nicht hier. Sonst, sonst hätte ich doch schon längst gedrückt, wenn er gehen würde. Hahaha. Sag Bescheid, wenn er irgendwie davor ist, weil ich sehe es nicht ganz genau. Okay. Okay. Er ist noch von unten. Er schaut mich aber an. Verdammt. Er ist noch drunter? Okay, er ist davor. Ist er nicht. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt ist er davor wieder. Nein, nein, lass, lass, lass. So, what the fuck? Nein, guck mal, er ist da voll perifär dran. Perifär, der muss mehr zu uns. Ja. Ja. Komm, nur ein Stück. Jetzt. Jetzt. Bam. Okay. So ist geil. So ist Gott. Kann der nicht aufgeschweißt bleiben? Bei dem Golden Rathian habe ich eine Videoantwort von irgendwelchen Spanien gekriegt, die den Golden Rathian irgendwie so bekämpft haben, dass sie viermal im Kampf eingeschläfert haben und immer sechs Bomben drumrum gelegt haben. Ja, krass. Aber trotzdem haben die genauso lange wie wir gebraucht. Aber sah halt cool aus. Ja. Es ist alles explodiert. Voll krass, sechs Bomben. Er will mich, er will mich. Meine Luft, meine Luft macht Bing Bing. Ich habe noch 30 Prozent, ne, 40 Prozent. Ah. Boah, was hat das denn? Alter. Holy moly shit. Was macht ihr denn? Heilung, Heilung, Heilung. Soll ich alle heilen? Ne, mach nicht. Heilung. Oh. Oh, dankeschön. Also ich habe mir vorgenommen, keine Tränke mehr mitzunehmen, das macht alles ihr. Ja, Anfangsausgleich für die komischen OP-Waffen, die wir hier haben. Ja, genau. Nehmt jetzt keine Heilung, geh mehr mit. Hat Manu, glaube ich, schon mal gesagt, in einem der letzten Tats. Irgendwie so. Ja. Boah, obwohl, ich gebe euch ne leckere Ration hier unten. Geil, lass mal picknicken. Ich gehe zum Speer. Ich will da weggehen. Weiß du? Nö, schlag den. Ey. Ich habe dich mitgeblitzt. Wie ich hier nur so rumpimmel. Ich verstehe gerade nicht ganz, ob mich da eben erwischt hat. Alter, ich brauche unter Wasser auf jeden Fall einen Sprinttrank oder irgendwie sowas. Ich wollte mir erst einen mitnehmen, aber dann dachte ich, nö, brauchst du nicht. Ich habe keine Mats dafür. Voll ätzend. Guck mal, hier ist ein Felsenfest gemacht. Krass. Als könntest du so einen Lootrot nicht in der Minute töten. Nein, ich schaffte er nicht. Wir müssen als letzte Quest einfach nochmal einen Großbuggy jagen. Hier ist Ballistenmoni. Oh, ich glaube, ich habe dem Viech weh getan. Wir töten das erste Monster noch. Das war in Sekundenschnelle so. Ja. So, ich habe euch natürlich immer einen Blick, auch wenn ich hier loote, weil ich bin ja der Aufnahmemeister gerade, damit die Leute nichts verpassen. Was du lootest? Ja, hier. Für Balliste oder was? Ja, genau. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Balliste finden. Weil die sie nicht gibt. Muss, muss. Bin ich in den selben Positionen wie beim Goldbart? Kadois, dois. Also ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ganz cool, weil der weniger Schal macht als der anderen Viecher. Der ist relativ schwach. Ja, mich hat er auch nur einmal getroffen, bis jetzt. Oh, ich ertrinkt gerade. Der ist genauso stark wie die anderen Viecher, aber du kriegst ja immer zehnmal so viel Schaden. Ja, bei dem wahrscheinlich. Aber ich finde die Balliste ist normal. Was ist das für eine... Was? Aua. Peilung bitte? Äh. Okay, ich habe mich selber, wenn es geht. Okay, passt. Äh. Trink? Ja, danke. War gar nicht knapp. Nee. Boah. Alter, da trifft er mich noch. Ja, der Blitzradius von dem verfolgt einen so ein bisschen. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Der kann ja zaubern. Krass. Der an den Rand, dann schwimmt er nicht mehr so viel. Blitzmagier. Aua. Der hat in den Blitztalentbomb geskillt. Oh, fuck. Uh. Dein Cock ist noch dran, ne? Und das... Das finde ich schon scheiße. Ich glaube, das ist eine Latte, ob der Cock da dran ist oder nicht. Yeah. Ich werde abgeklatscht. Was ist denn abgeklatscht? Der Rücken. Hä? Was? Nichts gemacht? The fuck. Ich habe gar nichts gemacht, hör mal. Yay. Wo darf ich looten? Ich will auch looten. Ich darf nicht looten. Looten. Ich glaube, ich brauche den sogar für noch, äh, irgendwie ein Item. Äh, für, für... eine Waffe. Wat? Telagi als Schocker habe ich. Krieg immer Scherben. Ja, nur Scherben. Der Balk. 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 Scherben, Scherben, Scherben. Kalle, oh. Oh, hier gibt es super Kralle. Also, ich war super aktiv. Müsst ihr mal gucken in meinem Part. War echt der Hammer. Aber ich habe jetzt ganz viel Ballisten, Moni. Hast du überhaupt mitgekämpft? Ja, ich habe den viermal gehauen. Okay. Danke. Bitte. Ho, ho, ho. Jetzt gucken wir mal, was wir gleich noch für einen schönen Loot von dem bekommen, von dem Wichser. Zünde die Bombe. Abonniert. Geh mal Les Mio. Oh fuck. Passt schon. Haha. Ging nicht. Quest erfüllt. Quest gescheitert. Quest nicht gemacht. Ich will auch was sagen. Ah, noch Birkbox. Erstmal drei Krallen bekommen. Vier Krallen bekommen. Einen Flegel und eine Kralle. Oh, ich habe. Boston Flegel. Ich habe so einen Schweif bekommen. Haar. Und ein super Amulett habe ich. Oh, mein Jägerrang wurde auf 39 erhöht. Potenzial habe ich. Ja, meiner wurde auch erhöht. Und ich? 28. Achtfach erhöht. Nö. Ich glaube ein. So, na gut. Das war der Lagia Cruz in Extrem. Und ich sage mal, guckt in die Playlist. Tschüss. Tschüss.